wir sind hier wieder in ölsen bei uns in der k klinik guten morgen was haben wir hier wir haben hier ein vw t 6.1 langen radstand den wir ein aufstelldach verpasst haben vom kurzen radstand das heißt wir haben hinter am aufstelldach noch platz für eine zusätzliche staubox mit einem dachträgersystem ich gehe mal einmal rum die boxen sind wählbar von der größe gehen wir einmal rum hier wir sind auch probe gefahren es gibt keine windgeräusche wir haben hier sehr viel platz weil dieser t 6.1 langer radstand hat unseren k klinik action camp magic ausbau bekommen wir bieten das auto an komplett für 74.499 euro wir haben den eine folierung ringsherum verpasst in holzoptik open sky zeltbike ist natürlich auch dabei beim aufstelldach so gucken wir mal rein hier haben wir unseren magic ausbau in anthrazit silber mit einer riesen l küche auch wieder ausgestattet mit unserem wallers diesel kochzeran feld spüle mit jeweils zweimal 16 liter frischwasser abwasser von hinten oder von draußen ablassbar eher gesagt den großen kleiderschrank hinten rechts ein großes bett was auch als sofa genutzt werden kann wir haben schubladen staufächer elektrikanlage 12 volt 230 volt fußbodenheizung haben wir mit drinne solar wir haben 150 watt solar auf dem dach gehen wir mal einmal hinten rum wir haben hinten in der tür den tisch den wir noch unseren schrank befestigen können wir haben ein großes sofa das zeige ich euch gleich mal wie groß die schlaffläche noch ist oben das aufstelldach vom kurzen radstand auf den langen radstand komplett isoliert hier haben wir in unseren neuen vintage rustikalen fußboden verwendet gucken ob wir das so hinkriegen wir gehen noch mal einmal rum stelle ich euch mal hier ab so wir nehmen die polster einmal runter wir klappen unser betteimer aus unsere betthalterung hier mit im programm eine kühle stütze haben wir mit dabei für die mitte damit das bett auch wirklich stabil ist wenn wir das ganze ganz bequem einmal rüberklappen bett matratzen wieder drauf natürlich ist kleines polster noch zum ausgleichen gehen wir noch mal von hinten gucken so und da haben wir unser 1 meter 10 breites bett wo man auch bequem unten schlafen kann zu zweit oder man lässt es als einzelbett auch wieder ausgestattet mit unserem blickdichten gardinen dieses fahrzeug ist ein 150 ps dsg automatik circa 30.000 kilometer runter tüv au neu wohnmobilzulassung übergabeinspektion kann sich jederzeit bei uns angeguckt werden oder auf unserer homepage unter kaklinik ölsen.de instagram facebook bei google maps led beleuchtung sind auch noch bei anhängerkupplung abnehmbar highlight ist hier halt langer radstand aufstelldach von kurzen radstand eine mega staubox oben noch drauf gucken ob wir da so hinkommen 150 watt solaranlage autarkes campen ist kein problem kommt einfach mal vorbei guckt euch das an wir freuen uns bis dann schönes wochenende wir sehen uns ciao